Ich weiß nicht, ob du es schon bemerkt hast, aber irgendwie nehme ich immer von einem Buch ins nächste etwas mit. Aus dem Life-Changer wurde der Life-Changer der besonderen Art und aus meinem Ernährungs-ABC wurde das Gesundheits-ABC. Und da wären wir schon bei einem ganz besonderen Buch mit wiederum einer schönen Geschichte. Diesmal geht es nicht um die Entstehung, sondern das, was daraus geworden ist oder was daraus noch werden wird. Je nachdem, wenn du das Video anschaust. Vielleicht hast du ja schon bemerkt, auf meiner Webseite schon gesehen, ich biete verschiedene Change-Now-Kurse an. Change-Now-Verdauung, Change-Now-Schlaf. Also du kannst mit den Change-Now-Kursen abnehmen, du kannst mit den Change-Now-Kursen die Stressresistenz verbessern, Frauen leidenlos werden und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Kurse mit verschiedenen Themen. Und es gibt auch natürlich einen kostenlosen Zugang, wo du einmal in diese Programme reinschnuppern kannst. Zum einen, damit du auch schaust, ob das was für dich ist. Und zum anderen findest du dort auch die Change-Now-Vorgehensweise. Also meine Vorgehensweise, so wie ich Probleme löse. Und da wären wir jetzt bei dem Buch, weil das ist das erste Buch einer wunderbaren Buchreihe. Je nachdem, wann du das Video anschaust, gibt es entweder schon ganz, ganz viele oder vielleicht nur ein, zwei weitere Bücher. Auf jeden Fall zu jedem Kurs ein ganz spezielles Buch. Und das ist sozusagen das erste, die Basis. Was findest du da? Es ist auf jeden Fall ein Buch, wo du auch drinnen schreiben kannst. Also du siehst dann, du kannst richtig damit arbeiten. Also dementsprechend ist es wie ein Workbook zum Kurs. Und, aber selbst wenn du den Kurs nicht machst, ist es auf jeden Fall eine Bereicherung. Weil, ja, weil einfach so viele tolle Dinge drinstecken. Ich persönlich glaube, nein, ich weiß, es gibt für jedes Problem eine Lösung. Nein, es gibt mehrere Lösungen für ein Problem. Und das Wichtige ist aber, dass man sich mit seinem Problem auseinandersetzt. Weil nur wenn du dein Problem ganz, ganz genau kennst, dann kannst du es für dich auch lösen. Also übernimm selbst die Verantwortung für deine Herausforderungen. Und dann geht es quasi ab, ja. Und mit diesem Buch bekommst du die Anleitung wie, schon wieder eine Anleitung. Du bekommst bei mir immer eine Anleitung. Nein, du bekommst auf jeden Fall die Basis, wie du deine Probleme erstens beleuchten kannst, durchleuchten kannst. Und wir schauen uns da ganz, ganz viele verschiedene Themen an. Also wir schauen uns die Ernährung an, die Bewegung an, die Gedanken an, die Emotionen, dann auch die Entspannung, Beziehungen, Umwelt. Weil all das hat ja Einfluss auf deine Herausforderungen. Und mit diesem Buch kannst du das super beleuchten. Und du kriegst auch, es ist der erste Wegweiser zur Problemlösung. Und es ist egal, welches Problem es ist. Deswegen ist auch das eigentlich in meinen Augen ein Life Changer. Schau es dir an. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dir gefällt. Lock dich unbedingt bei der kostenlosen Version von den Change Now Kursen ein, weil da hast du auf jeden Fall nichts zu verlieren und kannst gleich das Workbook kombinieren mit deinen ersten sechs Wochen von dem Kurs. Also viel Spaß. Ich bin schon gespannt, welche Probleme du damit lösen kannst. Und ich freue mich natürlich, wenn du mir auch hier Feedback gibst und freue mich über jede Rezension und über persönliche Nachrichten sowieso. Also viel Spaß beim Durcharbeiten, beim Lesen. Und ich stehe dir gerne mit meiner Hilfe auch persönlich zur Verfügung. Also dann, Tschüssi!